moin moin und herzlich willkommen zurück zu red guard ja ich würde sagen wir versuchen es aber mal mit dem hier weil ich glaube den konnten wir nicht einmal angreifen und mit der flasche will ich mal versuchen weil das ja eh das magschild ansonsten versuchen wir gleich noch mal mit dem ring den wir auch noch gesammelt haben ich habe aber auch kein schlimmer ob das überhaupt was bringt was wir jetzt hier machen vielleicht müssen wir ja auch wirklich mit dem schwert angreifen oder erst mal drauf gehen so wo war die flasche hier war die flasche so wir werden aber auch gleich die den dialog überspringen falls das irgendwie möglich ist ich hoffe es ist möglich ich hoffe wir fallen jetzt nicht aus versehen wieder runter einfach so machen einfach gegen die wand bewegt sich dann auf jeden fall schon mal richtig wenn das mit der flasche hier nicht funktioniert machen was gleich mit dem regen wird es immer noch nicht funktioniert gegen gast da dann machen was noch einmal mit dem schwert oder wir gucken was wir noch haben so wir müssen jetzt aber irgendwie gegen gast da hier antreten kann ich nicht überspringen ne anscheinend nicht ne kann ich nicht ne ich kann das nicht überspringen das heißt wir müssen uns das noch einmal antreten aber der hatte ja irgendwas auch in der letzten folge ende der letzten folge auch was von klavikus biel erzählt einen der ledra prinzen da bin ich gespannt vielleicht können wir den auto selber antreffen weiß ich nicht das war der erste von den ganzen der prinzen die wir antreffen konnten ich kann aber nicht überspringen das war das müssen wir uns jetzt auf jeden fall antreten das müssen wir uns jetzt auf jeden fall antreten das ist die die das das die Ich finde aber auf jeden Fall die Stimme von dem interessant. So, ich will es jetzt aber mal mit der Flash von Lilian ausprobieren, ja? Oder muss es einfach direkt in die Hölle gehen? Lass mich das finden. Wo ist er hin? Das ist jetzt interessant. Okay, Lila-Drill ist dafür gedacht. So. Ne, das habe ich jetzt nicht getroffen. Okay. Also wir müssen Lila-Drill benutzen. Nein, doch. Ne, doch nicht. Okay. Jetzt lacht er wieder. Okay, Lila-Drill ist nun richtig. Der macht immer dieselbe... Ja, komm. Da sind wir am sinnvollsten. Da treffe ich ihn nicht. Komm, hier aber. Jo. Und jetzt haben wir den. Okay, das war wirklich so. Ich würde aber sagen... Das speichern wir. Oh, warte. Ne, zurück. Hier. So, dann haben wir hier noch irgendwie was. Äh, so. Ich kann das nicht mal lesen. Examen Ligdust. Examen. Okay. Examen. Okay, quatschen wir erstmal mit Isara. Vielleicht ist sie jetzt betreut. Okay, mit der kann ich jetzt nicht quatschen. Ich versuch's noch einmal. Okay, was müssen wir jetzt eigentlich machen? Ich, äh... Jetzt krieg ich die Cola-Platche hier nicht mehr zu. Super. So. Hier liegen auch noch ein paar Tränke. Ectoplasma. Okay. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Was muss ich da machen? Salamander? Examen Salamander. Es ist ein kleines, grünen Salamander. Hä? Was muss ich machen hier jetzt? Ein Stück Amber. Habe ich hier irgendwas? Red God's History. Flora of Thermal. Map. Wo soll ich das hier rein machen? Oder... Wo war denn das andere Ding? Hier das hier? Hier mit irgendwas? Pick up his set. Ich raffel nicht, was ich jetzt machen muss. So, vielleicht muss ich irgendwie was damit machen. Spyder's Milk. Nehmen wir mal. Und jetzt? Ähm. Dann muss ich dich gleich irgendwie anders verteilen. Ectoplasm. Mit Deirdre's Head. Was ist das? Unicorns Horn. Mach mal da mit. Und dann hier Hissap. Habe ich hier noch normale Tränke? Ne. Okay, dann das hier. Drip his set mixture und das Symbol. Warte mal. Look at Book. The Duckend wakes the rising sun and snow blanks the grass, but night directed the midday sky and the gate is opened. Last. Spider's Milk. Das ist Spriggins. Ne, mach mal. Ich komm nicht auf die Lösung. So, warte mal. Dann müssen wir mal kurz schauen. Also, okay. Bernstein. Damit. Remember. Okay, dann Hissap. Mit dem Einhorn-Ding da hinten. So. Und Deirdre's Head mit Ectoplasma. So. Wo haben wir da? Deirdre. Deirdre's Head. Ne. Da. Deirdre's Head. So. Dann schauen wir mal, in welcher Reihenfolge. So. Ob die Reihenfolge richtig ist. Genau, dann den hier als nächstes. Und das hier. Okay, jetzt muss man in der richtigen Reihenfolge sein. So. So. Orx-Blut. Mit Amber. Dann Hissap. Mit dem Einhorn. Und Ectoplasma mit dem Deirdre-Herz. Da war da noch eins vielleicht. Ne. Sind halt die drei. Also Orx-Blut. Hissap. Also fangen wir damit dann an. Dann das. Und dann das. Und dann das. Jetzt ist offen. Jetzt ist offen. Ähm. Wo sind wir denn jetzt? Äh. Einmal Save-Game machen. Nicht, dass es abschmiert. Okay. Eine fliegende Insel. Ein schöner Baum. Und da ist eine Hütte. Können wir in die Hütte hier rein? Was? Natürlich können wir nicht. Talk to Clavicus-Veal und Barbas. Nice. Oh, well. Ich bin so glücklich, dass du kommen kannst. Äh. Hande über ihre Säule, Clavicus. Oder ich werde dich aus dem Pantheon retieren. Oh. 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 Did you think the flask would protect you? Oh, that's excellent. Listen, bold hero, Cyrus. The costume was much more fun. Very smart. And very scared. But your failing, fearless hero, is that you have no imagination. For a terrible, have you any idea what I am doing with your sister's soul? Right now. How? Wow. W-what? W-what? Was macht Barbas da? So this is what the geitral lord do in their free time. Trade souls, destroy lives, loaves in the sun. You poor, poor thing! All our time is free time! It's eternity, man! Don't you think that gets a bit tedious? Mostly it's the same thing over and over, so boring! But you... Well, you kill your sister's son, but then let her lose her soul! Then... You come here and threaten to beat up the big nasty Idrilor to get her back! Well, it's stupid and silly, but it's not boring. Nice dog. Not a dog, of course. On sunny days he likes being a dog, or a lot of other things. When he's like this, I think he's somewhere else. It's all quite significant, of course, but... Who knows what it means? Hm! Interesting! You're right, Cyrus! There's a thumbnail for this episode. Whatever you're doing, stop it right now! But what, Cyrus? What are you planning to do to me? She can't hurt me, or anything here! Nothing happens here, unless I let it happen! Vile, I'm not here to chat. I'm here for my sister. And you're gonna give her to me. But I'm gonna tear you to pieces. You must be a bit thick! Take a little walk, and think things over! Come back when you're ready to talk, set! What? 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 Okay, Hermaeus Mora wird hier auch noch erwähnt. Die Zeit in diesem Zeitpunkt hat einen Charakter aus dem Remarkable Charme und Komplexität. Aber jetzt hast du Eclipsnagaston. Und ich habe hohe Hoffnung für dich. Zum Beispiel. Du kommst all diese Richtung, um zu retten zu retten. Warum? Ich fühle keine Angst, um zu retten zu retten. Aber ich bin nicht stolz von ihnen. Und ich werde sie nicht dieser Zeit verlassen. Ja, dieser Fall ist schwer zu erklären, ich glaube. Ich habe das Schöne durch die Schöne und es ausgedrückt. Ja, ich bin weg. Aber Azara kann immer sich selbst ausführen. Ich bin einfach. Ich war jung. Sie ist nicht ausführen, ist sie? Und du schiefst, dass sie sich ausführen können, wenn du ein Knife ausführen hast? Vile, ich bin nicht egal, ob du bist oder allein bist. Diese Gespräche ist nicht so gut. Nur erzähl dich. Was willst du? Ich bin wirklich entschuldig, um zu Gaster zu verlieren. Er hat immer immer Präsents gehabt. Du möchtest Präsents, eh? Du möchtest Präsents? Nein, Präsents ist kein Spaß. Ich wünsche mir sicher, dass ich ein schönes Präsent hatte. Hint! Hint! Äh, gib Blast für Sister's Soul. Gib Gold für Sister's Soul. Gib Blut für Sister's Soul. Gib Nothing and take Sister's Soul anyway. Wir können das mal alles ausprobieren. Gib Blut für Sister's Soul. Gib Blut für Sister's Soul. Oh, Cyrus! Ein Präsent für mich? Du solltest nicht haben! Aber danke! Danke! Es ist ein einzigartiger, zu meiner einfachen Fähne-Kollektion von Enchanted Artifacts. Alles klar. Du hast die Flats. Gib mir meine Sister. Cyrus! Ich habe noch nicht ein Geld gemacht. Du hast mir ein Präsent. Ich bin froh, mit meinem Präsent zu fühlen. Also? Ich spreche in Hörnest, von deinem Sister's Soul. Uh. What do you want? For the last time, Kyle. What. Do. You want. Don't spoil a fun, Cyrus! You're supposed to figure it out! But here's a hint. I've got what you want. Sooo... Prayed my soul for sister's soul? Wagger my soul against sister's soul. Come. But not an even swap. I was thinking of sport, not commerce. Okay. Your board file? Now let's play a game for my sister's soul. And to cover the wager, I'll offer my soul. Hmm. Very noble, Cyrus. But do you know anything about the worth of a soul? For example, all the fun I'm having with your sister's soul right now. I'd hate to give that up. Your name is well chosen by it. But I know the worth of my soul. And I'm ready to wager it against my sister's soul. Are you sure? You know? That thing I'm doing with your sister's soul right now. I'd love to see that little thing with your soul too. Not scared and ready? Scared but ready. You can't scare me though. I said I'd bet my soul and my word is my thumb. Pity. Even a dumb animal can understand fear. But you, Cyrus. Sad. However, a poor game is better than none. Let's play then. I'll see if there's a soul. Before we start, there are a couple of things that we have to get out of the way. Your soul is not worth a penny, unless you know its value. The Gaston knew a soul's value, but you do not. So I have to explain it to you. First, you think you lose, you die. And that's the end. It's not. You lose? You live, and your soul is mine. Just like your sister. And it goes on for a very long time. Understand? I understand, but let's just get on with it. And last, when your soul is mine, your will may defy me, but you do what I want. You're here of your free will. So let me demonstrate. I'd like you to apologize for being so rude, and to humbly thank my forgiveness. Ready for riddle? Ready for riddle? Attention. You're ready for your test. Oh. Before we start, Cyrus, did you have a classical education? You're talking to yourself, I'm ready, let's go. Good, good, just checking. Is that a thing now? Well, educated man might have an unfair advantage in this test. But no, you're a hero. A man of action. Right? So you probably won't recognize this old chestnut taken straight from Polis's the stars at their shoulders. Ready? Listen carefully. I won't repeat it. Two doors. One leads to the loss of your soul. The other leads to the return of Azara's. Two guards. One always lies. One always tells the truth. You can ask one of them. Just one question. Wait a minute. Wait a minute. The game begins. Two. Wildly. come on. Why does it say something? Warte mal. Einer.... Wir haben zwei Türen und zwei Guardians. Wir können mit beiden quatschen. Einer... ...lügt immer. Der andere sagt immer die Wahrheit. Wir können aber nur einen ansprechen. Aber wir speichern vorher erst mal hier. So, quatschen wir mal mit dem. Was die anderen sagen, ist korrekt. Do both doors lead to death? What is behind this door? What is behind the other door? Do both doors lead to death? No. Okay. Den kann ich jetzt nicht tragen. Just one question. Just one, two, Boah, ich... Ich teste mal. Äh... Okay, dann würde ich sagen, vielleicht ist dann die rechte Tür richtig. Wir sind jetzt einmal draufgegangen, aber haben hier gespeichert. Scheiße! Wie wäre es hier? So... Ihr hätte nur deine Lekorde studiert, wie die Bröder dich gesagt haben... Er ist der Lügner, er ist der Lügner, weil beide Türen mich umreden. Er ist der Lügner. Einer nimmt die Säure, der andere gibt die Säure. Nicht deine Fragen auf mich, Säure. Geh Zeit! Wir gehen nicht irgendwo. So, warte mal. Quatsch mal mit dem. Äh, bist du der Garten, der leist? Bist du der Garten, der leist? Nein. Wir gehen ja eh bei beiden... drauf. Okay. Was sagt er? Äh... Du bist der Garten, der leist? Nein. Wir gehen nur drauf, egal welche Tür wir nehmen. Aber ich würde sagen, wir machen dann in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und... Ciao! Ja! 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018